Ich bin der Rudi. Ich darf heute wieder die Regie machen bei der Theaterspielgemeinschaft Heit bei Seefeld. Und was mich gefreut, ich spiele heute mit Leuten, mit denen wir schon vor 20 Jahren gespielt haben. Wir haben heute unser 20-jähriges Jubiläum und die Uhr ist die gleiche gebliebene vor 20 Jahren gleich hübsch und auch der Markus hat vor 20 Jahren schon gespielt und zwei Junge haben wir wieder dabei, die hervorragend reingekommen sind in die ganze Spielgemeinschaft und wir freuen uns schon voll auf euch. Wir haben uns überlegt, heuer das Stück wieder zu spielen, das wir als allererstes gespielt haben, die Pfiffige Urschel. Das ist damals ganz gut angekommen bei den Leuten und wir hoffen, dass das heuer auch wieder so gut ankommt. Wir haben noch zwei Rollen, die wir damals schon in der gleichen Besetzung gehabt haben, nämlich die Urschel und den Bader. Wir freuen uns sehr, dass die sich bereit erklärt haben, wieder diese Rollen zu spielen. Die Rollen, dass sie eigentlich in dem Stückchen ein bisschen die Faden durch. Vom Schnüffler, dass sie den ablacken und dass sie die, die es zusammenkern, ein bisschen zusammenbringen. Und ja, dass sie eigentlich ein bisschen die Lustige machen in dem Stück. Sie ist die Nichte und sie hat da ein bisschen auch mit einem anderen Mann was am Laufen. Und sie hat ziemlich eine Stimmungsschwankungen, kann man eigentlich sagen. Aber es ist cool zum Spielen. Also eine tolle Rollen. Lustig, also ich finde es total nett und wir haben eine super Gemeinschaft zusammen und es ist super lässig zum Spielen. Und ja, ein paar junge Brau hat man noch, aber so mit die schon gewohnten Teaterspieler ist jetzt echt lässig. Kann man viel lernen von ihnen. In den Stückeln, da geht es um ein Wirtshaus, um einen roten Ochsen. Die Wirtin, vor Unglücksleider, hat einen Fuß gebrochen und ist länger im Krankenhaus. Und der gute Hausl, der muss jetzt ins Geschäft führen. Und die Urschel, die hat sich da als Kellnerin beworben und die möchte unbedingt bleiben und der meint, der schafft das und macht das gut. Und da kommt halt noch ein ziemlich wie klein in den ganzen Geschichten. Nebenbei wird noch ein Schuldschein von einer Wirtin gestohlen, der nachher nicht mehr auftaucht. Und da, wo man nicht weiß, wo der umgeht, da sind ein paar so, der Bader und der Bergmusser sind da drum beteiligt. Und da müssen wir schauen, wie sich das am Ende da auflösen wird. Ich glaube, da kann die Urschel noch eine wichtige Rolle spielen bei der ganzen Geschichte. Also Laufen, wie sie tut, so Geschick ist ja auch wieder im Hintergrund. Und die ganze Geschichte, ja, das war die meisten schon vor 20 Jahren da. Jetzt müsst ihr das eh wissen, oder? Ja, mit unserem Regisseur, mit dem Rudi, der hat natürlich geschaut, dass er auch vom Schauspielerischen möglichst viel aus uns herausholt, er uns fest fordert. Und wir haben natürlich uns fest bemüht, das auch dann umzusetzen. Äh, jetzt red nicht so, du Dummeid. Klär, sei wieder vernünftig. Lass mich! Oder möchtest du dir das nochmal erlachen, dass ich nichts mehr von ihr wissen will? Gar nichts. Nicht das Geringste. Leider ist das wahr. Guck mal, Riedl. Du weißt doch genauso gut wie ich, dass wir zwei zusammen gehören. Ja, und das hattest du denken sollen, bevor du einen Regisseur getan hast. Ach, geh mal, Riedl. Hoch mal dich zu, da war nix. Ich hab's dir doch schon erklärt. Ich brauch dein Erklärung nicht. Was ich gesehen hab, hab ich gesehen. Jetzt hoch dich zu, du hast keinen Grund, eifersüchtig zu sein. Was? Ich bin eifersüchtig? Tja, das hat mir ja grad noch entfallen. Ich eifersüchtig wegen dir, dass ich nicht lacht. Na, das trägst du sicher nicht. Mein Riedl. Riech du auf alles Geld her. Ich geh auf alles Geschäftsbruch holen. Jetzt muss ich den Schuldschein holen, tun her, dass ich ihn wegschmeißen kann. Ja, mein, du schaukst mir auf den ganzen Liedl. Zuerst geh ich die 500 Euro, wenn wir ausgemacht haben. 300 haben wir ausgemacht. 500. Lied nicht so unverschadet. Du hättest, hör das Geld. Hör ich mich. Hör das Geld, bis ich kriegst du gar nix. Wir haben unsere Premiere am 16.11. Weitere Spieltermine sind der 17.11., der 23.11., der 24.11., jeweils um 20 Uhr im Gemeindesaal in Reit. Das ist 7.11., der 24.11 Uhr im Gemeind�u.